Guten Morgen! Man ist auferstanden. Wir sind hier bei Ramses, aber sind wir hier eingeschlafen. Neben mir ist Manshaulwurf und wir gucken uns gerade Natururin an. Das ist dieser... Das ist dieser... Ah, hier, Ramses ist auch schon wir hier. Das ist dieser rote Beete Suppe mit saure Sahne drauf. Ich mache ein neues Format, ich gucke meine Videos, setze ich hin, fülle es ab und lege es so noch mal hoch. Hat noch keiner gemacht. Flatti ist vom Scheißen zurück und ich habe meinen Pullover ausgezogen. So, wir werden jetzt zum nächsten Geschäft, oder wie das heißt, hingehen, um dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen und dann zu einem Pizzaladen um dort Pizza zu fressen. Das werden wir gleich wirklich machen. Guck mal, ich habe hier noch einen Müllsack, oder wie das heißt, und den werde ich jetzt hier reinmachen. Ich hatte den Müllsack reingemacht. Und jetzt macht der Flatti den Müllsack rein. ... Jungenack. ... ... ... ... ... ... ... Ja, das schaffst du, das, das schaffst du noch. Ja, das ist natürlich auch zuversichtlich. Ein paar Stunden. Oh, möchte jemand auf dein Glück versuchen? Ich muss dir jetzt noch mal was Wichtiges sagen. Warte noch, was fahrt ich vielleicht noch mal? Ach ja. Ich habe genau das, was ich hier mitgeteilt habe. Wir befinden uns gerade hier vor diesem versifften Rewe. Und da werden wir jetzt erst mal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Wir haben eingekauft und der Rest ist von Ramses. Aber ich habe mir zwei Träger Ewa gekauft. Und hier drin ist ein Brötchen drin. Ein bedingtes Brötchen. Oh, danke schön. Das hier, das schmeckt exotisch oder so. Ich muss das erst mal aufmachen. Das kann man ja mit Hand aufmachen. Mit Pepsilein. Mit Pepsilein. Ähm, da schmeckt halt nicht. Ohne Zucker. Ich bin aber gesund. Mit gesund dran. Das schmeckt extrem exotisch. So, ähm, ich sitze jetzt gerade hier auf diesen, wie heißt es nochmal? Rewe Parkplatz. Rewe Parkplatz rum. Und, ähm, und jetzt stehe ich auf, weil wir gehen zu diesen, wie heißt es doch mal? Friedensbahn. Das da hinten irgendwie. Friedensbahn. So ungefähr. Friedensbahn. 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 Steigt bei uns ein. Lasst die Sorgen sein. Trinkt das nächste Glanz. Ja, bei uns, was war es. Föhlich, ja, gesagt. Bumse. Hahahaha 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 Wenn ich nicht arbeiten hätte müssen wäre ich ein ganzer Hahahaha Hahahaha Der war nicht schlecht Und Thor macht mit, hörste Das ist U-Ruder wie das heißt Wunderbarer Das ist so anstrengend wie Vater Äh, Platti Rammt es Guck mal Da vorne pisst das Das läuft richtig rund Das läuft aus Hahahaha Habe nämlich jetzt Erdnussflips geholt Cool Damit ich besser Bier trinken kann Also immer wenn ich Bier trinke habe ich Durst Und dann esse ich Erdnussflips Und dann hab ich noch mehr Durst Nee, falsch rum, gut Auf jeden Fall sind die gut zum Bier trinken Willst du auch eins? Ja Ja Platti sowieso, das weiß ich schon Der hat immer Bock Danke dir Ich brauche noch welche für das Sixpack So, äh, Ramses der sitzt hier rum Und ähm Und ähm Der ähm Genau, der macht jetzt, äh, Bier auf Geprost 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 Guck mal Ähm Die beiden, die schauen sich mein Geburtstagsvideo an das geburtstagsvideo schon da schauen die dass da schauen die die beiden jetzt an bierpower zum urinfarbene blumen ich finde es so klasse ende am start warte gott ich kann gar nicht mehr gucken auch hier naturin da ist eine ente die will nicht gucken ich hab die sucht die über die sucht gesungen hat ach so das kann sein hey homie komm was lang genug hier jetzt kommst du mit heim jetzt kommt ihr die beste szene im ganzen video das allerbeste hier das ist ein bierpower verkehrsreflektor bei nacht das ding einfach umfliegt an meinen gebastelten ding hier aufmacht hsv forever and never hsv all the way all the way so ich habe meine unterliegte auch nicht eingelegt so wir haben jetzt gerade aus dem pizaladen pizza geholt das ist hier vorne das müsste die pizza koch sein mit spezialsoße und extra scharf obwohl es nicht scharf aussieht dann haben wir hier die sieben und Pfirsich das dürfte die thunfisch glaube ich oder genau genau diese pizza wurde es geholt jetzt wird pizza gefressen eigentlich wollte ich nicht beim essen filmen aber der naturin sieht so lustig aus beim essen weil der immer so einen komischen blick drauf hat er isst gerade zwei pizzen auf einmal laut seinem blickfeld deswegen aber wir wünschen ihm alles gute und deswegen guten hunger hier ist der zack ihm schmeckt es hier hängt noch seine kamera rum da sieht es sehr gut aus hier das ist der manns das ist der ramses das ist der pizal 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 das ist das alter fahrrad und er hier aus dem remy der raucht rum jetzt fährt er mit dem ding habe ich hier mein müllsack und den schmeiße ich jetzt hier in diese müheimer oder wie das heißt rein ich habe es gemacht guck mal hier an diesem sehe hier vorne habe ich mit ramses geschwommen geholt so wir sind wir sind jetzt gerade hier und keine ahnung was wir machen aber wir sitzen jetzt gerade ich mich schön jetzt gerade hier rum so wir sind wir sind jetzt in ramses dann zu hause dran und der hat der macht geräusche gerade und platte auch deswegen sind wir jetzt gerade hier bei ramses zu hause diese ganzen bierflaschen die habe ich alle allein getrunken und deswegen habe ich jetzt gerade so einen richtigen kopf mit ganz viel kater und schmerzen daran und sowas bierpower bierpower